Leute, positiv. 50 Cent. Meine Haare sind jetzt super shit aus, aber gut. Oh, er wurde geröstet. Was ist OVP? Bluma, was ist OVP? Original Papagos. Na ja, Maxime Biberbester Kralis jetzt auf OVP. Das macht keinen Sinn. Vielleicht ist OVP das Turnier? Bitte? Ist das noch ein Turnier? Nee. Ist egal, das ist das einzige Turnier auf der ganzen Welt. Das ist das Wichtigste. Das ist der erste deutsche Akkadian. Das ist wichtiger als Ivo. Das ist wichtiger als Genesis. Oh, er wurde gefickt. Wer ist der beste, schlechteste Spieler? Das entscheidet sich heute. Ihr Junge ist echt der beste Name. Nee, ihr Junge ist viel besser. Joven dinero. Joven monedas. Das Geld, Junge, ist jetzt ein ganzes. Oder das Geld verweilen. Boah, ich könnte jetzt so Latino-Spanisch-Commentary machen, so wie auf Fußball. Und einfach die ganze Zeit nur reden. Ja, 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 ja. Durchreden. Er ist zurückgekommen. Nee, nee, das ist nicht. Kamera, beide. Nein, 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 nein. Guck mal, wir müssen einen schönen, schönen Mutterficker zeigen. Guck mal. Zwei schöne Mutterficker. Oh, gefickt. Nein, noch nicht gefickt. Sie wurde gefickt, aber er ist nicht gekommen. Vielleicht kann ich wirklich kommentieren ohne Bias für Ant-Haven-Köln zu bleiben. Naja, es ist halt Puff, leider. Nee, deswegen. Er hat Beatrice besiegt. Aber ey, Ofes ist sick. Das muss man wirklich sagen. Ofes ist sick. Ich bin einfach Bias bei Ant-Haven-Köln. Oh. Oh. Wie viele Restaurants? Glaub ich drei. Wo ist denn Dennis? Soll der nicht mit kommentieren? Warum kommentiere ich diesen Scheiß? Ja, ich kann mal. Hey, Chad. Alle Hände hoch. Las manos arriba, ich. Oh. Oh. Oh, gefickt, Alter. Guck mal, wir... Who walks? Michael Jackson. On stage. Oh. Michael Jackson on stage. Oh. Michael Jackson on stage. Warum killt das nicht? Ja, nie... Konzi, nie ist kein kill-move. Oh. Falcon... Punch! Oh, show me your moves. Was macht er jetzt? Oh, grab? Nee. Der Nerd würde grab es, aber... Ich glaub... Oh. 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 Warum ist so... Likey... On fuego. Me gusta fuego. Me gusta fuego. Der von Marius mit der Pizza. Me gusta fuego. Hoffentlich richtig besser als die von Luca. Das würde ich richtig nicht nach Fisch. Ihr kriegt 8 Euro flüssig. Marius, hast du ne Fischpizza? Ne, Marius ist kein Fleisch. Fisch ist Fleisch. Okay. Dann darfst du hier essen. Guck mal. Warum wird Office so gefickt? Fick? Geil. Zeig mir Gusta fuego. Ist das okay, wenn die das wechseln? Microsoft is outdated. Oh, das geht nicht. Es kommt ins Screen. Rollen Sie die Aktualisierung installieren. Es dauert nur 2 Stunden. Nur noch 2 Stunden. Welches Game steht's? Oh, stimmt. Es steht... Oh, ja. Du kannst dich ja wechseln vielleicht. Aber du kannst... Dein Tick-Macher kann ja nicht... Oh. Ey. Der Nike gibt gerade richtig Gas, ne? Der Nike. Oh, er wurde gefickt. Er hat auf jeden Fall ne Fuego-Tracks in die Jacke. Vom Berliner Marathon. Dann kann er so schnell rennen wie ZF. Ja. Dann kann er so schnell rennen wie ZF. Was? Ja, ja. Vielleicht ein kleines Mal. Oh mein Gott. Das ist kein Riss. Oh, warum? Oh. Kein Jabris the rest. Maxi sagt sich, oh was ist für ein schlechter Puff. Dann kann ich mal Jabris the rest. Dann gibt's noch mehr. Oh. Oh, er hat mich gehört. Ja, sag gar nicht. Sorry, Nike. Ihr habt das verkackt. Aber die ist kein Kilo. Nee, ist kein Kilo. Die ist kein Kilo. Oh. Überlebt. Ach nee, ich weiß nicht. Mach nie. Mach nie. Mach nie. Ja, stimmt. Ich stehe jetzt. XD. Ich glaube, Uwe hat bisher drei Viertel der Stops durch den Press bekommen. Ich glaube, wir haben alles verkackt in dieses Match. ein sehr ehemaliges aus Seattle- Editor-Star-Shack hat sich verletzt und hat sich zu sehr viele Kinder gefuckt. Er hat das halt nur gekillt, weil er rauskriegt. Das war schlecht von Ofis. Okay, das war schlecht von Ofis. Es gibt andere bessere Programme als Ofis. Oval Ofis. Schlatech. Schlatech? Schlatech gegen Ofis. Schlatech gegen Ofis. Oh mein Gott. Wir haben Nachschub bekommen. Mehr CERVEZA für alle Anwesenden. Llebe ja, llebe ja, 2 x 1 x 1. Llebe ja, llebe ja, 2 x 1 x 1. Compre eine CERVEZA, llebe 2 x 2 x 2. Hasta que se acabe der Stock. Ahora, nunca, 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 nunca. Vaya para CERVEZA. Jesus. 2-0. Ja. Para la oficina. Ok, jetzt geht's ab und pass mal auf wie fucking likey, of is reverse 3-0. Hier ist der Tür zu Spanisch. Hier ist der Coppa, so ist der Coppa, boludo. Was ist das? Eine Rode, eine Rode, die die Rode, die erlacht, sie 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 erlacht und sie erlacht. Und sie erlacht und sie erlacht und sie erlacht und sie erlacht und sie erlacht. Der Penny ist nicht so lang, der ist um 90. Kann nicht klippen. Oh, gefickt, Alter. Der EG Cup ist 12 oder so. Fuego, Fuego. Genau. Ah, schade. Oh, nein. Hör auf zu sein. Wir machen deutsche Commentaries. Oh nein, oh nein, er hat verfehlt, aber nein, der Punish war... Oh, gefickt, kein Kehlmove. Der Meteor bringt nichts, wenn er in der Luft ist. Dann kann er früher ecken, als er in der Meteor eins ist. Oh, das ist wohl geil. Oh, guck mal, er gefickt wird. Doppel, nee, doppel zusammen. Kehlmove spielt am besten. Das war meine Überraschung. Kehlmove spielt am besten. Kehlmove spielt am besten. Wenn er einfach... Oh mein Gott. Ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne, ne. Fast geschehen. Oh, Sehnu! 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 Er kommt so, wenn du den Vanina schon rausmachst! Oh, Luft! Sehnu! Let's go, Luft! Das ist das Erste, was du machst! Das Erste, was du machst! Das Erste, was du machst! Oh, Sehnu! Die haben sie gerade eben aufgemacht. Und du kommst rein! Bitte 3 Euro, wenn du fliehst! Scheiße! Warte mal! Hast du? Recht, ich brauche! Echt? Da gibt's ja einfach ein Bier, ne? Sehnu! Der beste, schlechteste Spieler! Der eine... Oh mein Gott! Ey! Chat! Wichtige Frage! Soll ich Luft trinken oder nicht? Meint ihr es eine gute Idee, Luft zu trinken? Oh, what the fuck! Und wir haben noch zwei jetzt neue! Oh nein! Alles okay! Egal, ich hab ihn rausgesucht! Nie! Ah, schade! Das ist schwer! Schön, schön! Tom ist kein Klick! Fuck ihn, Maxi! Ja, jetzt schütze! Alles gut! Du hast ihn, du hast ihn! Loli, er schreibt S-Bahn und ich dachte, er wäre in Berlin! Aber stimmt, es gibt andere Städten, die S-Bahn haben! Oh! Sorry! Aber Kevin, Top 8! Wo ist die Luft?